Hallo, mein Name ist Emmanuel Zabi. Als Assistent der Geschäftsleitung durfte ich erst vor kurzem unseren Küchenfachmarkt in Hanau mit riesengroßen Erfolg eröffnen. Seitdem bin ich dort Verkaufsleiter. Für meine zukünftige Rolle im zentralen Vertrieb begleite ich auch die Neueröffnung in Brühl und kann dort meine ganze Erfahrung mit einbringen. Gerne führe ich sie durch unsere neue Ausstellung. Wussten Sie schon, dass Sie sich bei uns von über 120 perfekt geplanten Ausstellungsküchen auf zwei Getagen inspirieren lassen können? Wir haben zum Beispiel Musterinküchen, Loftküchen, Landhausküchen, Küchen für Familien, Küchen für Singles, Hauswirtschaftsräume, Naturholzküchen, Küchen im anspruchsvollen Design. Das hing Ihnen zu schnell? Kein Wunder bei dieser riesengroßen Auswahl. Aber keine Sorge, wir nehmen Sie mit auf unseren Rundgang durch unseren neuen Küchenfachmarkt. Hier haben wir zum Beispiel Musterink, die bekannteste Möbelmarke Deutschlands. Musterink und Küchen aktuell verbindet Seriosität und höchste Qualitätsansprüche. In Brühl erwartet sie die modernste und kompetenteste Musterinküchenausstellung Deutschlands. Alle Küchen bei uns sind mit einem Preisbeispiel ausgestattet. Dies soll Ihnen helfen, die Preise zwischen unseren Küchen zu vergleichen. Wir haben dafür immer die gleiche Zusammenstellung gewählt, inklusive der Geräte, der Lieferung und der Montage. Hier haben wir unsere große Bohrer Präsentation. Wir zeigen Ihnen hier das gesamte Spektrum vom Bohrer. Alles natürlich für Sie angeschlossen, damit wir Sie überzeugen können. Hier haben wir eine riesige Auswahl aus Naturstein, Quasstein und Keramikplatten. Aber auch Massivholz und Glasarbeitsplatten können wir Ihnen anbieten. Zusätzlich haben wir für Sie jeden Griff, jedes Arbeitsplattenmuster und jede Küchenfront ausgestellt. Das alles nur, damit Sie Ihre neue Traumküche bei uns finden. In Brühl präsentieren wir Ihnen erstmals und riesengroß eine eigene Nollte Neo-Fläche. Nollte Neo kombiniert höchste Designansprüche mit Funktionalität. Hier sehen Sie unsere Ausbildungsplätze. Küchenaktuell bietet jährlich 120 jungen Menschen eine Ausbildung an. Für uns eine wertvolle Investition in die Zukunft. Auch ich habe vor Jahr meine Ausbildung hier gemacht. Wie Sie sehen, sehr erfolgreich. Hier präsentieren wir unsere Team 7 Küchen. Bei Team 7 kommt alles aus einer Hand. Vom Baum bis zur fertigen Küche. Unsere Marktführerschaft ist das Ergebnis, weil wir seit über 25 Jahren vom ersten Tag ab an Preisbrecher beim Markenküchen sind. Das ist unsere Showküche. Hier finden regelmäßige Kochveranstaltungen statt. Hier werden die Geräte nicht nur erklärt, sondern Sie können auch direkt probieren. Das ist unser Kitchen Store. Hier finden Sie immer top aktuelle Angebote rund ums Thema Küchen und Kochen. Ich hoffe, es ist unser Dank. Jede Küche ist anders. Deshalb ist es so wichtig, dass unsere Berater ihre Küche millimetergenau planen. Und damit bei Ihnen auch wirklich alles passt, wird noch am gleichen Tag Ihre Küche von unseren Fachleuten geprüft und vor der Bestellung von unserem Aufmaßteam ein Digitalaufmaß vorgenommen. Wir haben auch hier in Brühl unsere komplette Auslieferlogistik ans Verkaufshaus angebunden. Jede von uns verkaufte Küche wird von unseren eigenen hochqualifizierten Tischlern bei Ihnen montiert. Selbstverständlich werden auch alle Elektro- und Sanitärgrundanschlüsse von uns vorgenommen. Nach einem kurzen Blick hinter unsere Kulissen kommen wir jetzt in unseren einzigartig gestalteten NEXT-Bereich. Hier finden Sie die größte Auswahl an Designküchen weit und breit. Hier werden die Trends gesetzt. So sieht eine Küche aus der Sicht eines 2-jährigen Kindes aus. Können Sie sich noch daran erinnern? Bestimmt nicht. Apropos Kinder, bringen Sie Ihre gerne mit. Um den Aufenthalt bei uns im Haus so angenehm wie möglich zu machen, haben wir für die Kleinen eine Kinderspielecke. Sollte es bei Ihrer Küchenplanung mal etwas länger dauern, erwarten Sie in unseren Kundenbistos kostenlose Heiß- und Kaltgetränke. In unserem 3D-Kino können Sie Ihre Küche noch vor dem Küchenkauf live und fotorealistisch erleben. Hier kriegen Sie ein perfektes Gefühl für Größen, Farben und Laufwege für Ihre neue Küche. Damit Sie als Kunde immer einen Ansprechpartner hier in Brühl haben, werde ich von einem jungen Assistententeam unterstützt. Und hier sind Sie Michael Meier, Aihanel Mehmeti, Roman Hiekel. Wir hoffen, Sie konnten sich schon einmal ein erstes Bild machen von unserem neuesten Küchenfachmarkt in Brühl. Wir haben in den letzten zwölf Monaten, trotz aller Schwierigkeiten, die es momentan am Bau gibt, einen wirklich richtungsweisenden Küchenfachmarkt, unseren 16. und unseren ersten in Baden-Württemberg, hier in Brühl, für Sie fertiggestellt. Wir haben ganz viele Innovationen mit einfließen lassen und wir sind der Meinung, die Mühen haben sich gelohnt. Das Ergebnis der vielen Arbeit kann sich wirklich sehen lassen. Wir sind stolz auf das, was wir Ihnen heute präsentieren können. Küchenaktuell hat sich in den letzten Jahren dank richtungsweisender Konzepte ganz schnell zum Marktführer in Sachen Küchen in Deutschland entwickelt. Unsere extremen Serviceleistung und die 10 Jahre Garantie auf alle Holzteile haben sich ebenfalls als Erfolgsfaktoren bewährt. Seit Jahren sind wir als bodenständiger und zuverlässiger Küchenspezialist bekannt. Mit über 1400 Mitarbeitern und 16 Küchenfachmärkten in Deutschland sind wir nach wie vor ein werteorientiertes Familienunternehmen. Und darauf sind wir alle stolz. Wir freuen uns riesig, unser neuestes Flaggschiff endlich in Baden-Württemberg in Brühl zu eröffnen. Wenn wir Sie neugierig gemacht haben, dann vereinbaren Sie doch jetzt Ihren persönlichen Beratungstermin. Entweder telefonisch oder unter küchenaktuell.de. Unser Team hier in Brühl ist bestens vorbereitet und freut sich schon auf Ihren Besuch. Wenn auch du ein Teil unserer Erfolgsgeschichte werden möchtest, dann bewerbe dich ganz einfach unter küchenaktuell Karriere. Mit dem Herz am rechten Fleck und dem nötigen Engagement sind auch Quereinsteiger bei uns herzlich willkommen. Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen. Wir freuen uns darauf, dich an den Wl. Bis zum nächsten Mal, wie sie schauen. Wir freuen uns darauf, dich um für dich zu denen aufleert und wahnsinn. Wir freuen uns auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal, als nächstes Mal, wenn wir die Weltkriege in Deutschland wissen, Wir freuen uns auch an unerufen und aufhören, weil ihr gehört euch schon wieder zu uns auf. Wir freuen uns – jetzt zu uns vor, dann 1 bis zum nächsten Mal, dann zu uns. Wir freuen uns auf den Augen – auch für die internaht. Wir freuen uns auf, dann zu uns, das sage es zu machen.